hallo meine lieben und willkommen zurück zu einem neuen let's play shift happens spielen wir ich habe meinen lieben max dabei und wir haben uns überlegt das zusammen zu spielen das ist ein early access spiel was man auf steam kaufen kann käuflich erwerben kann hey geh noch nicht so vorher ich bin noch nicht entschuldigung ich bin noch nicht bereit ist der blaue max ist der blaue ja ich bin die rote genau also es gibt es auf steam zu kaufen und wir wollen das jetzt einfach mal testen und ich merke dass ich jetzt schon nicht gut mit der steuerung klarkommen gefeiert wenn uns wasser gefallen was passiert dann nix machst du dich sauber wahrscheinlich weil ich groß bin das ist wenn ich klein reinfall nein okay ich kann ja ich hab deine ich glaube du musst mich holen du hast meine münchen jetzt kommst du nicht mehr raus weil du so dick bist du musst links raus glaube ich ja ich glaube du musst mich aufheben ich muss selber gut drücken ja schön mal schauen jetzt habe ich bloß weil ich mit dir teilen wollte wie geil ist das denn du ich muss mal noch mal kurz mal starten damit wir wissen wie lange wir aufnehmen meine ja weil das ist ja auch mal ganz gut bei ok bei mir dauert es jetzt ein bisschen bis ich mich an die steuerung gewöhnt habe leider ich glaube groß machen wir müssen noch hoch schau mal machst du das oh nein aber können wir da kommen wir so auch nicht hoch wir müssen darüber springen wir müssen rüber so hier sagt okay du musst wenn du ja oder so gleich jetzt schon krampf in den fingern also ich spiele mit tastatur und es ist nur tastatur keine maus deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig irgendwie so du gehst runter aber es bleibt oben ok ich glaube nein 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 woopst mir deine münzen ich möchte nicht dass du mir meine nein das wird ja richtig gutes let's play das gefällt dir doch was ist denn was da oben ich hatte ja so einen zuckerwürfel und kannst du aber bloß holen wenn ich hier hast du mir jetzt connected? Nein, was mache ich denn? Ja, ich bin aus Versehen als Kleiner reingefallen. Ah, ja wunderbar. Ja, dann gehe ich rüber. Warte. Ja. Jetzt muss ich zurück zu dir. Und jetzt? Keine Ahnung, lass mal hier hoch. Ich bin zu dick, ich komme da nicht hoch. Ach, wir müssen das glaube ich da rein machen, oder? Kann das sein? Geh mal hoch. Kann auch sein. Warte. Ah, geh nochmal zurück. Hüpfen wir nochmal zurück. Zurück. Nein, zurück. Nein. Ach komm, das ist doch so witzig. Ja, aber da steht doch hier so eine Folie. Ich habe gedacht, ich muss... Ja, komm. Also nochmal. Lach nicht. Sorry, wird super. Super. So, hier. Äh. Das Problem ist, ich kann ja nicht so... Ach, ich glaube, ich muss da rüber? Hoch? Ich glaube, wir müssen das einfach so ziehen, dass es jetzt... Jetzt? Du musst auf die Plattform. Ja, warte. Ja, warte. Passt. Jetzt. Wir sind halt so die Vollprofis. Sehr gut. Und was jetzt? Und für was war das jetzt? Kann man das einsammeln? Nee. Nee, kann man nicht. Sehr doof. Einsammeln ist immer gut. Boah, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht immer WASD drücke. Das ist echt der Hammer. Ja. So, was ist das jetzt hier? Ah. Ah. Wenn du hier reingehst und drückst mit dem Pfeiltasten nach oben, dann hast du quasi wie so ein... So einen Schub. Ja. Aber er hüpft mal da hoch. Auf die Plattform. Geh mal nochmal kurz runter. Dann geht das wieder hoch. Ah, okay. Ja, das wollte ich eben bloß gerade wissen, weil ich das nicht gesehen habe. Mhm. Okay, als dick... Als dicker bin ich zu dick. Oh. Nein, kleinbleiben. Okay. Kannst du mich hochlassen? Boah, du... Das gefällt dir gar nicht, gell? Abzocker. Jetzt muss irgendwie einer groß und einer klein. Boah. Da habe ich ja voll abgelust. Mach nichts. Ich gönne es dir. Mein Guter. Merkt man. Boah. Jetzt habe ich mir alle Münzen. Ich sage es dir nur ungern als Frau. Du hast eine ganz schöne Bumpe. Ähm. Ja? Hey, hallo? Lass mich runter, Mann. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit E. Ah. Ja, aber das brauchen wir bestimmt noch ein paar Mal. Scheiße. Wir haben auch bis zwei Sterne bekommen. So, komm, wir gehen weiter. Ich muss da lang und du musst da lang, oder? Nee. Ach nee. Da wurde der Pfeil nach rechts. Es wird lustig. Es freut mich. Freut mich sehr. So, ich gehe jetzt mal hier runter. Ich glaube, du musst hoch, oder? Ja, du musst, glaube ich, hoch. Ja, komm, musst du reinspringen. Ah, halt auf. Ach so, wenn ich mich dick mache, bin ich natürlich auch schwerer. Yay. Nein. Ich glaube, da kommen wir bloß klein rüber. Ja. Echt? Oh nein. Du darfst dich nicht groß machen, wenn es zu eng ist. Warum lachst du? Du bist... Ich bin hier stolz. Ach, ich schaue die ganze Zeit auf den Roten gerade. Ey, wie frechst du mir einfach alles gelaunt, ey. Frau. Ach, ich liebe das. Oh nein. Das tut mir jetzt aber leid für dich. Du hast es gerade noch erwähnt, gell? Komm her. Oh nein. Hä? Aber wie machst du das? Machst du das im Sprung? Ja, wenn du runterfährst, groß machen. Ah. So, jetzt müssen wir aufpassen, da müssen wir klein durch. Ich hab's ja nicht gesagt, ne? Da müssen wir gleich durch. So, Hebe. Warte, ich muss mich erst klein machen. Oh nein. Und hüpfen sollte ich auch noch. Oh, Alter. Diese Steuerung. Aber? Nein. Ja, genau. Und zwar. Komm mal her. Nein, geh hoch zu mir. Jetzt komm mal. Tja, nicht, dass ich Profi bin, ne? Und nicht runterfallen jetzt. Weiter vorgehen. Und was machst du jetzt? Und jetzt einsammeln. Du musst das Ding einsammeln. Achso, ich bin hier. Ja, klar. Ach, du hast mich jetzt geworfen, oder? Ich hab dich gerade sterben lassen. Klar hab ich dich geworfen. Ah. Ich hab mir nämlich gerade, ich hab die ganze Zeit auf den Blauen jetzt geschaut. Ich mir, hä? Mach gar nichts. Komm, steh auf, Schwabbelwabbel. Aufstehen. Weiter geht's. Schwabbelwabbel. Ja, die sind doch so Schwabbelwabbel. Oh, oh. Oh, okay, du hast schon gekehrt. Oh, den hab ich mir noch geholt. Machst du das da oben? Ja, ich schau mal. Nee, du musst zurück. Warum? Wenn wir das haben wollen. Hast du es nicht gesehen? Was denn? Nee. Ah. Das ist das Bonus-Ding von dem Level. Oder willst du und ich springen? Nee, nee, passt schon. Das sagte sie. Nach fünf Versuchen machst du's. Also pass auf, los geht's. Warte. Okay, nochmal. Ach, scheiße. Ich glaub, ich muss Anlauf nehmen, oder? Kann das sein? Ja, du musst zurückspringen. Oder ich muss auch hoch. Hier hoch. Doch. Du gehst jetzt hoch und machst das und ich hol das Ding. Doch, und dann kann ich doch da rüber. Leg mal den Hebel um. Ja, ja. So, jetzt ist nur die Frage. Wie wir das da reinkriegen, ne? Ich kann's nicht so... Weil das Problem ist, es muss ja drei Sekunden drinnen sein. Vielleicht muss der eine links hoch und der andere rechts hoch oder so. Das ist jetzt schwierig. Geh mal rüber. Naja, dann ist es natürlich... Ah, aber warte. Wenn ich... Nee, dann bin ich aber... Bin ich viel zu weit weg. Was ist, wenn du dich... Was ist, wenn du dich... Ähm... Hochkatast... Genau. Hm. Oder ich stell mich ins Wasser. Können wir auch probieren. Warte, ich mach mich mal groß. Und ich geh mal so ein bisschen hoch. Oh. Ja. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Nein. Das zählt. Yay. Jawohl. Gleich angeben. Tutorial. How to get a second. Oh, 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 oh. Warum haben wir das jetzt klar? Ähm, nein. Schau mal, du hast 30. Ich hab 12. Das Leben ist hart und ungerecht. Ach, ich kann die steuern? Okay. Ich hab Angst. Ja, schau. Oh, Mann. Du hast mich... Du hast mich überfahren. Ja, klar. Jetzt muss ich erst mal das Ding wieder zurückholen. Hast du das gesehen? Du warst schuld. Du musst... Total. Stopp, stopp. Sorry. Ich hab meinen Führerscheid im Lotto gewonnen. Du willst... Du tötest mich nur die ganze Zeit, weil du meine Punkte haben möchtest. Das hab ich schon... Hab ich schon gemerkt. Weil da tue ja keine mehr. Ich hol die mir jetzt noch. So. Jetzt musst du hochspringen und die Plattform zurücklassen. Ach so, nee, du machst das Elektro-Ding aus. Ach so. Ich könnte es jetzt wieder anmachen. Ich hab gewusst, dass du das denkst. Okay. Das ist Teamwork. Weil da verrecken wir auch, wenn wir groß sind. Willst du schalten oder springen? Warte mal, ich schalte. Okay. Also einmal. Okay. Okay. Ja, wunderbar. So. Und das Ganze nochmal? Ja, jetzt hast du jetzt... Ach so, weil ich wieder die ganzen Müssen hab. Also 3, 2, 1, go. Oh, scheiße. Ich mach mich, glaub ich, mein Groß, gell? Ja, weil du als Männer halt mehr Power drauf hast. Als Dicker kommst du relativ... Ja, schwierig. Also leicht drüber, gell? Ja, weil du dann genauso weit springst. Also spring drauf. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Passt. Okay. Schön. Schön, schön. Unrealistisch. Was? Dass die beiden so zusammen durch die Tür durchpassen. Warum? Unsere Wampe wackelt. Finde ich cool. Du hast ein Kreuz zum Draufschlagen. Wir haben wieder dieses Bonus-Objekt. Also das erste haben wir 8 Minuten gebraucht. Das hier haben jetzt 7 Minuten gebraucht. Mhm. Oh, und wie war dein Tag so? Ja, scheiße. Tolle Zwischenschick-Wrench mit Story. Bismo und Blom sind ab jetzt miteinander verbunden. Ah, ja, genau. Aber wir haben ein Leben, oder wie? Nee. Siehste, weil wenn ich mich nämlich klein mach, bist du dick. Und wenn du dich klein machst, bin ich dick. Ich bin der Dicke. Ah, okay. Ich fühl mich wunderbar so. Was ist da jetzt passiert? Komm mal hoch. Nee, du musst dich klein machen. Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Komm mal hoch. Komm, ich werf dich rüber. Nein, ich will aber nicht. Du machst bestimmt eben den Scheiß. Nein, gar nicht. Ich kann dich doch... Äh. Ah. Pass mal auf. Drück, drück mal dazu. Nee, du musst mich echt rüberwerfen. Ich hab gedacht, das reicht so. Das war jetzt keine Absicht. Das konnte ich ja nicht wissen, dass du jetzt da rüber springst. Oh Gott, du machst mich fertig. Alter. Wiederbeleb dich mal. Sonst komm ich hier nicht raus mit meinem Wanst. Wie kann ich mich wieder... Ich kann mich nicht wiederbeleben. Ach, ich muss dich wiederbeleben. Komm raus. Okay. Nein, nein, mach dich wieder... Nein, mach dich... Mach dich groß und... Und? Nein, du gehst da runter und machst dich groß. Ja, was bringt das denn? Dass ich da reinkomme. Okay, das ist echt... Also... Wenn du das alleine spielst, ist das ja total scheiße. Ähm... Du musst noch hochkommen, sonst wird der Balken nicht voll. Ach so. Das kleine Stückchen, was fehlt, ist genau dein Fliegengewicht. Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Schon, gell? Vielleicht kannst du mal mit deinem Arsch hier drauf stehen bleiben. Guck mich so meinen Bauch an. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Kommen wir da durch? Ah, okay. Ich glaub schon. Hm? Ah, warte. Jetzt geht doch? Geh... Geh... Ah, jetzt. Du bist wieder eine ganz wilde. Halt! Unser Zuckerflocken-Ding da. Okay. Hä? Ähm... Ah! Mach mal das unterste. Danke. Du musst mich wiederbeleben, ne? Weil die sie sich erst mal die Mütze geilen hat. Natürlich. Okay. Aber wenn ich, wenn ich jetzt da... Wenn ich hoch springen, musst du drücken. Okay. Also drei, zwei, eins. Ah. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ich glaube, du musst mich noch mal... Ich glaube, du musst mich hochlassen. Ach so. Ich glaube, wenn du mich hochlässt auf die dritte Plattform, du springst darüber, dann müsste es in der Mitte sein. Zack. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Okay, und jetzt musst du drüber. Da, wo du gerade hinspringen wolltest. Ach, jetzt schon? Ja, ich glaube schon. Okay. Warte, warte, warte. Oh. Mach dich mal groß. Ah, nicht in dir. Ja, aber das bringt dir ja nix. Ähm. Scheiße, irgendwie... Oder ich muss noch eins höher. Ja. Du musst mich noch eins höher lassen. Drei, zwei, eins. Okay, nochmal alles von vorne. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Verdammt, nochmal. Bei drei drückt man nicht. Okay, nochmal. Ach, ich find's super. Drück mal, aber dann kommt erst oben die vierte. Hüpf einfach, ich seh schon. Oh. So. Ja, ist wahrscheinlich echt besser. Du musst runter. Muss ich runter? Ja. Hier. Schau, wie ich balanciere. So wunderbar, wunderbar. Der Wahnsinn. Ein Traum. Ähm. Wie kommen wir jetzt hoch? Ah. Wollen wir nochmal runter? So. Zack. Ähm. Ach so, ja. Okay. Ich will runter springen. Ja. Spring runter. Aber warte. Spring? Ich hab's fest. Nein, ich will die Kugel da hinten haben. Ach so. Da muss ich aber genau springen, wenn du wieder... Ja. ... das loslässt. Also, drei, zwei, eins. Danke. Das ist echt schwer. Das geht dann wieder zurück, oder? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Keine Ahnung. Warte mal, wenn ich... Ah ja, okay. Ja, wenn du es festhältst, dann... Ja, ich muss festhalten, auf jeden Fall. Also nochmal, drei, zwei, eins. Wir können es aber auch versuchen, dass du das von... Ja, nee, bringt auch nichts. Geht von unten steuern. Das kriegen wir jetzt schon hin. Ja, ja. Das ist nur Timing-Sache. Du brauchst auch gar nicht zurückgehen, ich laufe schon. Also einfach durchdrücken, wenn ich es sag. Drei, zwei, eins. Durchdrücken ist gut, gar nichts machen. Jetzt wieder zurück. Ja, mein ich ja. Also, drei, zwei, eins. Gut. Eigentlich ist es ganz einfach. Also einfach eh loslassen. Fertig. Komm. Ja, ja, ich komme. Mit meinem was? Mit meinem Knackarsch, mit meinem süßen kleinen Arsch. Mit deinem roten... Ja, wunderbar. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir so die 20 Minütchen voll. Ein bisschen mehr. Dann machen wir doch in der nächsten Folge weiter, oder? Ja. Mein lieber Max. Hauptsache, wir haben alle Zuckerwürfel eingesammelt. Das war das Wichtigste. Ja, das stimmt. Ja, super. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Wir sind mit dabei das nächste Mal, ganz sicher. Ja, natürlich, natürlich. Okay, bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.